Die Verräter. Das große Finale. Der Sieg, den kann man schon riechen. Doch die Luft für Verräterin Anna wird immer dünner. Das Wichtigste ist, dass Anna Carina ausgewählt wird. Man darf ja niemandem vertrauen. Warum hast du das jetzt gesagt? Ich musste ihr knallhart ins Gesicht lügen. Das ist absolute Manipulation. Das läuft hier alles aus dem Ruder. Sag mir bitte, dass du ein Loyale bist. Das große Finale. Die Verräter. Vertraue niemandem. Morgen 20.15 Uhr. Morgen 20.15 Uhr.